Auf die 90 Juwelen und du gibst dort jetzt ein... Oh, jetzt bin ich gespannt. Und den Freunden denken sie auch, was ist los mit mir. Also... Wie hau meine lieben Freunde und damit ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge. Bro, was das war denn? Heute bin ich mit dem guten Clash Games am Start. Hi, was geht Freunde? Jo Leute, und zwar darf Clash Games heute in dem Video entscheiden, was ich tue. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee war. Und checkt auf jeden Fall Clash Games Video auch ab nach diesem Video. Und er hat auch bereits ein Video gemacht, wo ich entscheiden durfte, was er im ganzen Video machen soll. Und den Link werde ich auf jeden Fall unten verlinken. Ja, also, ich darf mich heute rächen, Landi. Also, du hast es ja gesagt, ich bin heute dran. Heute ist Tag der Vergeltung. Also, zieh dich schon mal warm an, ja? Ich sehe, du sitzt da im T-Shirt, wird gleich Zeit, dass du dir eine Jacke holst. Ja. So, also, ich würde sagen, du zeigst mir da ja gerade so fröhlich deinen Sprite. Ne? Äh, ja. Den hast du ja auf 1K. Ja, den will ich auch noch auf 35. Ja, also, ich glaube, das kannst du später mal machen. Du gehst jetzt einfach mal auf den Modus unten. Und gehst auf Solo-Showdown. Solo-Showdown. Genau, und du gehst aufs Spielen. Ich soll jetzt... Okay, warte. Oh, das ist eine beste Idee wieder. So. Solo-Showdown mit 2. Darf ich teamen? Nein, du darfst nicht teamen. Warte erst mal ab. Ich erzähle gleich, was du machen musst. Okay, du erzähl. Los geht's. Oh, endlich ein Game. Also, ich würde sagen, du bleibst jetzt erst mal kurz stehen. Ja, warte, ich muss mich... Nein, 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 du bleibst einfach nur stehen. Du bleibst einfach nur stehen. Ja. Mal gucken, was... AFK-Move. So, äh, dreh dich mal, dreh dich mal. Ja, oh. Ja. Danke, Daniel. Oh, ich krieg hier schon die Krise, Leute. Was toll ist das schon wieder für ein Video. Erstes und letztes. Jawohl, der Start beginnt schon wieder wunderbar. Minus 12. Ein geiles Video. Oh, Mann. Aua, aua, aua. Okay, geh mal auf Verlassen. Also, das hat jetzt gerade nicht ganz so gut funktioniert. Deswegen würde ich sagen, wir gehen nochmal in eine Runde rein. Noch eine Runde. Alleine wieder, oder? Ja, komm, geh mit einem Duo-Mate, aber mit einem Random-Duo-Mate. Let's go. Gucken, ob das besser funktioniert. Ja, gerade war irgendwie... Ich weiß nicht, gerade... Ich weiß, du musstest dich mal ein bisschen erholen. Deswegen wolltest du am Anfang ein bisschen stehen. Ich weiß, das war dein inneres Verlangen. Und das habe ich dir jetzt auch gewährleistet. Jetzt gucken wir mal, wie es mit Duo klappt. So. So, endlich haben wir ein Game. Let's go. Ich würde sagen, diesmal darfst du Reel spielen. Erstmal. Erstmal Reel, okay. Erstmal Reel. Let's von dir. So, wir probieren. Erstmal hast du wenigstens schon mal... Du darfst schon mal probieren, wenigstens einmal irgendwie... irgendwie... Zweiter zu werden. Zweiter oder Dritter wäre schon mal ganz gut. Ich glaube, sogar bei Dritter gibt es auch Minus. Ja, ja, Dritter, da solltest du, glaube ich, Minus 3 kriegen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Oh. Ah, drei Cubes haben wir. Nice, sehr schön. Ja, gut, Tick und Sprout... ... hättest vielleicht Glück haben... ... hättest vielleicht ein bisschen hoffen müssen, dass du irgendwie einen Bau oder sowas kriegst, aber... ... naja, hast du trotzdem... Ja, da ist eine Tara mit dir, Tick. Ja. Mal gucken, mal gucken. Erstmal schauen. Erstmal schauen. Erstmal eben noch alle. Ja, 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 ja. Oh, die wollen's wissen. Das ist bestimmt mal voll die Trier da unten, ich sag's dir. Ja, das sind safe, safe 1200 auch jetzt gerade mit dabei. Aber ich hab dir ja gesagt, Landi, du musst Zweiter oder Dritter werden, ne? Also... Ja. Okay. So, kriegt ihr den Bau? Oh, sehr schön. Aber da, sein Teammate lebt noch. Okay, Vierter seid ihr schon mal, Dritter seid ihr schon mal. Oh, wir holen keinen Platz, eins. Okay, und ihr schenkt jetzt den ersten Platz hier, den Win. Den Gegnern. Genau. Okay. So fies will ich ja nicht sein. Und selbst wenn dein Teammate jetzt überlebt, rusht du einfach in die rein. Okay, mach ich. Oh, mein Teammate, tut mir leid, wenn du das sehen solltest. Okay, erster. Okay. Ja, gut. Aber immerhin, Zweiter plus sechs, ja. Hast die Hälfte wieder reingeholt, was du gerade Minus gemacht hast. Ist okay. Wie findest du das? Findest du das gut, ja, ne? Ja. Ja. Finde ich gut. Okay. Ich würde mal kurz sagen, geh mal auf deine Freunde-Liste da. Ich würde mal gucken, wen du da jetzt Freunde hast. Wiederbreit nicht. Oh, nee. Warte mal. Hast du nicht Jeton auch als dein Freund? Nee, den habe ich schon vorher gelöscht, weil ich wusste, du willst ihn löschen. Auf 200, du musst Jeton, ich find ihn gar nicht. Da, 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 ein bisschen höher, ein bisschen höher. Oh, ich seh ihn nicht. CM Jeton. Ja, Jeton, Bruder, grüß dich raus. Ich glaube, Landi möchte dich jetzt gerade mal löschen. Oh, ja, auf jeden Fall. Oh, Jeton, ich seh auch. Hä, habe ich jetzt den falschen gelöscht? Wait. Wait. Weiß ich nicht. Hä, hä? Habe ich gerade keinen gelöscht? Entweder hab ich... Loll. Mach nochmal. Nein, du bist auf Cancel gegangen. Hallo, ich bin so los. Ja. Und ciao, Jeton. So, zeig mir nochmal dein Hauptmenü kurz. Und ich möchte mal, dass du mir mal deine Boxen zeigst. Okay, ja gut, mach mal deine 14 Brawlboxen da auf. Das sind ja sowieso nicht viele, die du brauchst eigentlich auch gar keine. Ja, ja, ich bin seit gestern SMAX, ne, oder vorgestern, by the way. Loll, als ob. Ja. Ja, komm, mach die mal auf, Landi, die brauchst du nicht. Die sind unwichtig. So, und wenn du gerade schon so schön dabei bist, dann kannst du auch noch direkt nochmal die große Box aufmachen, würde ich sagen. Wofür spare ich die Kisten, damit du sie öffnen darfst? Ja, genau. Wow, für solche Videos sparst du solche Kisten. Ja. So, mhm, wunderschön. So. Also, als nächstes würde ich sagen, kannst du mal auf deinen zweiten Account wechseln. So, ich bin jetzt auf meinen zweiten Account. Was soll ich auf meinen zweiten Account tun? Also, ich würde sagen, du zeigst mir mal deinen Shop. Ähm, ja, zeig mir mal, was hast du denn so im Shop drin? Ähm, neun Brawler. Ja, nee, das interessiert mich nicht weiter. Einmal durchscrollen hier. Einmal durchscrollen. Stopp! Der Agent Colt, der sieht doch schön aus. So Starboy's Waste. Komm, gönn dir, Bruder. Wunderschön. Jawohl. Der ist doch, der ist doch toll, Leute. Lasst mal einen Daumen nach oben dafür, Agent Colt hier. Ja. So, mhm, dann würde ich sagen, oh, was ist denn da? Geh mal nochmal ein bisschen weiter rechts rüber. Da möchte ich einmal Change, da, auf dieses Change musst du einmal drücken. Ja. So, und da gibst du jetzt natürlich einfach mal Creator Group Clash Games ein. Clash Games, okay. Und, genau. So, und jetzt würde ich sagen, mhm, holst du dir mal 2000 Juwelen. Ja, ne, oder? Dein Ernst? Ist er mit 2000 Juwelen holt? Ja, los. Wir wollen jetzt mal hier deinen zweiten Account, der braucht noch mal ein paar neue Brawler. Ja, der braucht noch neue Brawler. Okay, Leute. Clash Games sagt, ich soll einfach 2000 Gems aufladen. Leute, lasst auf jeden Fall jetzt schon mal einen Daumen nach oben da, falls ihr es noch nicht getan habt. Für diese Aktion, absolut lost. So, Leute, die 2000 Gems sind aufgeladen. 110 Euro, ne? Schon wieder, das war's wieder komplett. Ja, da wird sich, da wird sich gegönnt, du weißt. So, also, dir fehlt ja noch der neue Brawler, ne? Oh, ja. Ich hab da gesehen, da ganz links, da ist so ein Megaboxen-Angebot. Oh, ja. Ich glaub, das sieht doch nett aus, oder? Findest du nicht auch? Ja. Komm, das, das, das gönnen wir uns mal, würde ich sagen. Das gönnen wir uns? Ja, ja, ja. Was soll das jetzt? Und los. Münzen! Münzen, ja! Das brauch ich unbedingt. Und Juwelen, ja! Wunderschön, Leute. Zweite Box. Also, ich gönn dir... Oh! Oh, da blickt was! Lol? Da blickt was! Ist das der neue Brawler? Kannst du sonst noch was anderes ziehen? Ja, Sketchers und Star Wars. Okay, ich gönn dir aber jetzt mal den neuen Brawler. Das wär schon nice. Ah, okay. Oh, oh! Okay, okay, okay. Und... Und... Die dritte Box und... Ach, schade. Und... Letzte Box. Und... einen Creator Code eingeben, oder? Ich will dich doch mehr Gems ausgeben. Was? Aber mach ich nicht jedenfalls. Doch, doch, doch. Du möchtest jetzt mal... Äh... Creator Code Lucas geben jetzt mal ein. Lucas. Ich grüße ihn raus an dich, Lukas. Und... Da holen wir uns nochmal eine Mega Box. Eine Mega Box. Danke. Komm, Lukas, gönn! Ah, Mist. Okay. Probieren wir nochmal einen anderen Creator Code. Probieren wir jetzt nochmal Creator Code... La... Ne, Pookie. Pookie. Okay, Pookie. Und... Nochmal eine Mega Box. Komm. Wie... Ich hab keine im Shop. Doch, 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 doch. Du hast keine im Shop. Ah, oh, da ist ja eine. Oh, okay. Und... Gönn jetzt. Gönn. Gönn. Ah. Okay, komm. Du darfst deinen Creator Code nochmal zu Creator Code Landi ändern. Und dann... Ich will dich jetzt hier nicht zu... Zu sehr quälen. Du bist jetzt für den Account dann erstmal in das. Und wir wechseln nochmal auf deinen Hauptaccount. Denn ich hab mir da noch was überlegt. Oh. Okay. Dann gehen wir mal auf meinen Hauptaccount. So, ich bin jetzt wieder auf meinen Hauptaccount. Ja, also, ich würd sagen, du gehst mal oben links auf deinen Namen. Und da steht ja... Du siehst da ja oben, du kannst da ja dein Icon ändern. Du kannst da deine Namensfarbe ändern. Und du kannst deinen Namen ändern. Ja. Ich würd sagen, wir ändern erstmal dein Icon. Dann nimmst du jetzt mal den Ehrenbruder Poco. Den Ehrenbruder Kevin. Den nimm ich jetzt mal. Und... Und jetzt gehst du mal auf das Rädchen, um deinen Namen zu ändern. Oh, wir brauchen nochmal ein paar Gems. Oh, ich hab... Oh nein, bitte keine Gems. Ja, komm, lad nochmal ein paar Gems auf. Was soll der Geiz? So, Leute, die Gems sind gekauft. Sehr, sehr schön. Und du weißt, was zu tun ist. Du gehst auf deine Namensänderung. Auf die 90 Juwelen. Und du gibst dort jetzt ein... Oh, jetzt bin ich gespannt. Oh nee, meine Freunde denken sich auch, was ist los mit denen. Also, ich würd sagen, kannst du dich noch dran erinnern, wie du mich genannt hast? Ja. Hm, wie hast du mich denn genannt? So, Trader Code, Leipzig. Ja, ich würd sagen, das fängt auch schon mal gut an. Ich würd sagen, du gibst ein CC-Doppelprodukt. Oh, mein Gott. Und dann... Clash Games. So? Oder mit... Ja, ja, das ist genauso. Genau so. Und nochmal. Meine Hände shakten, oder? Wisst ihr, ich hab noch nie meinen Namen irgendwie so anders genannt, wie es immer schon anliegt. Ja, das ist geil. Ey, ich bin der Erste, der deinen Namen verändern kann. Ja, du bist der Erste. Mein Gott, Leute, lasst dafür auf jeden Fall einen fetten Daumen nach oben da, Alter. Ich würde sagen, ich würde sagen jetzt, dass ich entscheide jetzt nicht mehr. So, Leute, das war's jetzt mit dem Video, ne? Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Like da. Und schaut unbedingt bei Clash Games vorbei. Ich durfte auch ein Video entscheiden, was er machen durfte. Und ich würde sagen, ja, danke, dass du dabei warst. Ja, danke für die Einladung. Danke, dass ich meinen Namen ändern durfte. Und wir sehen uns bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao, V3. Ciao. Ciao, V3.